Guten Tag und herzlich Willkommen wieder zurück zu FIFA 14. So, wir sind als nächstes im deutschen Pokal dran. Ich simuliere gleich mal, wenn wir nichts im Ding haben. So, eine Pressekonferenz. So, wir motivieren unsere Leute. Hallo Trainer, die bevorstehende Partie ist ja wirklich wichtig für uns. Deshalb bin ich der Meinung, dass es besser wäre, wenn ich anstelle von Hella spielen würde. Jaja, Broschuk, ich weiß. Weiß, Mann, du immer. So, Kader. So, Hella gegen Broschuk. So, wo ist er denn? Da ist er ja. So, wie sieht die Energie aus? Natürlich muss ich nach der jetzt auch gehen. So, Dona kommt hier rüber. Dona Zea gegen Golubat. So, ich bin wieder im totalen Auswechslungswahn. Rujas darf. So, Ratzkowski. Darf Mohamed rein. Für Maier habe ich keinen. Trost. Darf wieder raus. Kommt Weihrauch. Und Grinchek kommt auch noch. Für Kolikas. So, das dürfte eigentlich gut passen. Der dürfte eigentlich gut passen. Gucke ich nochmal drüber. Ne. Rankovic muss noch raus. Der hat sich zwar gut erholt, aber Rankovic muss raus. So. Das dürfte aber jetzt passen, oder? Ja, alle zumindest mit Aufwärtstendenz oder gar nichts. Eins von beiden. Das ist natürlich super. So brauchen wir das. Und wir dürfen gegen Bayer Leverkusen im deutschen Pokal spielen. Und da reißen wir uns genauso den Arsch auf. Werden zwar um einiges mehr englische Wochen heißen, wenn wir hier weiterkommen. Aber es bedeutet auch Geld und Macht und ja, vielleicht sogar ein Trippelsieg. So, haue ich jetzt hier die ganzen 15 Versuche hier durch. Schlecht wäre es nicht. Oh, schön getroffen. Grinchek. Nochmal so ein Ding wäre geil. So. Oh, komm. So weit vorbei. Das kann man ja gar nicht glauben. So, nochmal so ein Schild getroffen. Geil. Ah, jetzt habe ich den Dreh raus, so wie es aussieht. So, noch so ein Schild. Übel. Komm, mach weiter so, Grinchek. Das gefällt mir sogar gerade. Übel. 10 Versuche habe ich noch. Ah, noch ein Schild. Geil. 11.000. Das ist so eine Glückssache eigentlich. Wenn man die Schilder hier trifft. Huch. Der war ziemlich weit vorbei. Ah, nochmal. Geil. Ich habe gerade einen Dreh raus. Huch. Der war daneben. Das kommt auch mal vor. So, 14.000 Punkte schon. So, die Übung kann man ja nicht abschließen. Das ist die Abschlussübung. So, 15.000 Punkte schon. Mittlerweile ist der Button schon orange. So, zwei Versuche noch. So, zwei Versuche noch. So, haut mir die Bälle hier raus. Ah, komm ey. So weit vorbei. Habe ich ja total vorbeigehalten. Das ist ja übelst. So, noch so ein Schild getroffen. Geil. 19.000 Punkte. Ja, ich hatte schon mal mehr, aber baut auch auf. Da sind wir auf Profi. Und jetzt dürfen wir hier Leverkusen hier Paroli bieten. Im deutschen Pokal, wo wir natürlich auch was zerreißen wollen. Dass es unseren Spielern gut tut, wenn wir hier auch gewinnen. So. Ah, komm. Und dann solche Fehlpässe. Hallo. Aufwachen. Geht mal ran hier. So. Brüschjuck. Ah, ich wollte hier durch die Mitte. So, schön rangegangen. Brüschjuck. Ah, schade. Ja, Brüschjuck treibt so ein Spiel schon ziemlich an. Muss man zugeben. Der gibt da schon voll Gummi. So. Leverkusen nicht im Abseits. Aber verlieren hier den Ball. So, wir dürfen jetzt hier auch mal ein bisschen abgeklärter spielen. Damit sich Leverkusen hier nicht warm grooven kann. Das gibt es ja nicht. Jeder zweite Pass ist ein Fehlpass. Was? So. Grincheck. Setz dich durch. Ah, was machst du denn? Weil Rauch. Übel. So. Aber schöne Aktion. Schön durchgekommen von Grincheck. Muss man zugeben. So. Leverkusen. Leverkusen. Foulspiel von wen auch immer. Von Nähring. Ne. Vom Leverkusener. Hat hier einen Offensivfoul begangen. So. Na komm, ey. Hält da den Fuß raus. Das gibt es ja nicht. So, komm, Grincheck. Ja, komm da nicht ran. Schade, schade, schade. So, Kolossanik. Ah, ich dreh hier am Rad. Ich komm hier nicht zuverlässig mit meinen Pässen grad durch. Das ist ja schon fast traurig. So, schön nach vorn zu Rujas. Aber Rujas kommt da nicht mehr ran. Leverkusen ist da auf der Hut. So. Oh, schönes Ding. Oh, fuck. Da haben wir es reinbekommen. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Jetzt sind wir hoffentlich wach in der 18. Minute. Nein, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus, wenn hier Meier gleich wieder den Ball so verliert. Motiviert euch mal. Es ist der deutsche Pokal. Da wollen wir weiterspielen. So, komm, Rujas. Nochmal zurück. So, schön zu Meier. Schöner Schuss. Ecke für uns. Ja, gut die Lücke gesehen. Ausgenutzt. Und da einfach mal drauf gehalten. Ja, der Keeper war zwar dran, weil er genügend Zeit hatte, sich da drauf vorzubereiten. So, Kopfballduell. Schöner Köpfer. Von Grinchek. So, Rujas. Holt sich den Ball gleich. So, Golobac. Kommt hier nicht durch. Fehlt natürlich jetzt ein bisschen in der Abwehr. So, aber Nering passt da auf. Hat die Funktion gut übernommen. So, jetzt aber Nering. So, ein Wurf für uns. So, wo werfen wir den hin? Dahin. Wo Rujas hier? Sauber. Schön gespielt. Schöne Drehung ausgeführt. Aber leider ist da Leverkusen auf der Hut. Der passt auf. So. Leverkusen kommt hier. Durch die Mitte. Foulspiel. Nee, doch nicht. So. Kommt schon. Es darf doch nicht so schwer sein hier. Dass ich hier nicht durchkomme. Ah, übel. Der deutsche Pokal ist bei mir wie verhext. So, Meier. Meier. So, bringt den Ball nochmal rüber. Komm, haut drauf. Ah, wieso nicht gleich? Wieso nicht direkt, Grinchek? Grinchek. So. Rujas. So, Meier. Immer noch mit von der Partie. Kann sich hier durchsetzen. Oder auch nicht. So. Weihrauch. Holt sich den Ball. So. Abstoß. Da wurde ich aber massiv gestört dabei. Das muss man zugeben. Das ist ja schon gar kein Körpereinsatz mehr, was die hier machen. Dann. So. Kommt schon. Oh, da fällt er zusammen. Was ist mit meiner Abwehr heute los? Übel. So. Weiter Ball nach vorn. Gleich mal versucht. Ah, v-Spiel. Von mir? Okay. Andere stehen geblieben, aber egal. Da sage ich mal nichts zu. Ah, komm. Köpft das Ding halt anständig weg. Da ist es 2-0. Das gibt es ja nicht. 42. Minute. Ja, rennt da easy durch. Meine Abwehr kommt da nicht hinterher. Übel. 2-0 hinten. Ich will hier nicht im deutschen Pokal versagen. Das gibt es ja nicht. Es gibt es doch nicht. So. Kommt. Kämpft. Ja, wenn ich nicht mal 80% der Pässe durchbringe, tue ich mich natürlich hart. So. Grincheck. Grincheck. Flanke. Ah. Zumindest eine Ecke haben wir. So. Rujas darf treten. Ecke kommt. Schöner Kopfball. Anschluss Treffer. Donnerhack. 45. Minute. Der steigt da hoch wie ein junger Gott. sauber. So. Hälfte. Die machen wir. So. Die machen wir jetzt so richtig platt. da nicht mehr ran. Leider zu langsam der gute Heer. Leverkusen. Leverkusen mit einem verkorksten Einwurf. Leverkusen. 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 So. Weiter Ball. Nehmen können wir ab. So. So, ein bisschen offensiver vielleicht noch, damit wir hier auch wirklich Gas geben können nach vorn. So, aber jetzt kein Gegentor kassieren. So, weg damit. So, Mohamed ist dabei. So. Schöner Ball nach vorn. Ballrauch, schöner Schuss, leider nix. Ah, Torwart hält da einiges fest. Von Bayer. So, gut gemacht. So, Meier. Mohamed. Ah, komm schon. Das gibt's ja nicht. So, 16 Minuten sind um. So, Abseitsposition, so wie es aussieht. So, ich könnte ja schon mal... Ich könnte ja schon mal Weihrauch hier rausnehmen. Und ich schicke Trost jetzt auf die Position und sag fortsetzen. Dass ich da schon mal ein bisschen Einwechslung habe, weil Weihrauch schon hübsch fertig ist. So. Boah, komm, ey. Grincheck, V-Spiel. Hätte jetzt nichts sein müssen. So, 62 Minuten sind durch. Leverkusen jetzt erstmal im Ballbesitz. Wir sind auf ein Tor dran. Im deutschen Pokal. Das wäre echt geil. Aber der deutsche Pokal ist bei uns wie verhext. So, Trost. Komm, Lauf. Ah, komm doch nicht durch. Ist ja zu langsam. Naja, gut. Aber der Pass war schon auch nicht unbedingt der Beste. So, Leverkusen jetzt nicht unbedingt warm spielen lassen. Was sie uns hier bei Roli bieten. So, erstmal wieder Ruhe reinbringen. So, hier raus mit dem Ball. Ah, fuck, laufen wir uns fest. Da ärgere ich mich. So. Aber Donag ist da. Kann hier Schlimmeres verhindern. Wieso fange ich das Laufen an? Wieso denn nur Abseitsposition? Da brauche ich nicht mehr laufen, wenn die Fahne schon oben ist. So, ich wollte eigentlich auch noch wechseln. Sind ja doch schon 70 Minuten hier durch. So, Mohamed. Raus. Herzkowski rein. So, wie sieht es sonst so aus? Nering ist fertig. Kommt noch Rantkowik. So. Ich sage, ich spiele fortsetzen. Dann habe ich meine drei Einwechslungen auch schon wieder durch. Echte Kräfte zehrende Saison momentan. So, Rauskowski bietet sich da gleich mal an. Finde ich super. Schreit nach Einsatz. So, Rauskowski. Ah, wieso? Wieso? Ich wollte eins weiter. Mann. Der wäre nicht im Abseits gestanden. Das ist so mies ab und an. Dass die Bälle da nicht hingehen, wo ich will. Wo ich dir die Anweisung hingebe. So, egal. Meier. Ratzkowski. So, kommt die Flanke noch. Nein. Da hat da Leverkusen aufgepasst. So, kommt, geht ran. Einfach kämpfen da vorn. So, genau. So muss es laufen. So, wer geht da? Rankovic. So. Brussiuk. Ah, schade. So, Foulspiel. Ja. Das gibt eine klare gelbe Karte für Gelobbart. Aber ist schon mal gut gestoppt worden. So, zwölf Minuten noch. Bloß Nachspielzeit. Das wird ein Unterfangen. So, sehr offensiv jetzt bitte. Ich will das Unentschieden erstmal herbeiführen. Das muss einfach. Ich muss natürlich auch erstmal die richtige Lücke abwarten. So, schön durchgesteckt. Da kommt er noch hin. So, Einwurf für uns. So, wohin mit dem Ball? Dorthin. Ah, fuck. Nochmal ein Einwurf für uns. So kann man natürlich auch dem Tor näher. Ah, schade. Aber nochmal ein Einwurf. Es kostet natürlich gewaltig Zeit auf der Uhr. Ah, es gibt es nicht. So, Aufbau hier nochmal. Ah, das gibt es nicht. Nochmal ein Einwurf. So, kommt schon. Gut so. So, Trost. Bringt den Ball hier in die Mitte. Ah, Grincheck kann nichts damit anfangen. Wollten mit der Brust hier annehmen. So, zwei Minuten hier noch. So, haltet den Leverkusener hier auf. Das gibt es ja nicht. Das ist ja übel. Ah, boah. Weg damit. Boah, übel. Übel. Boah, was für ein Ding. Ach komm, und dann so weit runter. Leute. Mit dem kann man doch nichts anfangen. Ist die Nahspielzeit auch schon vorbei. Nee, nee, nee. Ich habe einfach kein Glück im deutschen Pokal. Das gibt es nicht. So. Jetzt nach vorn damit. Ach komm. So eine Aktion hier. Hoppfeifen. Das gibt es nicht. So weit pfeift man nicht ab. Naja, egal. Dann sind wir halt aus dem deutschen Pokal draußen. Ist ja auch wurscht. Nicht ganz so viele Kräfte, die wir mal hier verpulvern. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschau. Bis morgen.